Also das war ein, gemeldet wurde ein Verkehrsunfall, ein PKW auf der Böschung und vorgefunden haben wir dann den PKW an der Böschung mit einer Person im Fahrzeug, die war ansprechbar und äußerlich nicht verletzt. Wir haben das Auto gesichert und die Person betreut und dann kam der Rettungsdienst dazu und mit Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir eine patientengerechte Rettung vorbereitet. Der Mehrzweckzug wurde eingesetzt und das Fahrzeug wurde dann sanft die Böschung auf der Straße runtergelassen, sodass die Person vom Rettungsdienst übernommen werden konnte. Mit den Möglichkeiten, die wir haben, wie Drahtseilen, Mehrzweckzug, Unterlegkeile und alles weitere hat dann der Rettungsdienst übernommen, die Person betreut. Wir sind mit 16 Einsatzkräften hier und drei Fahrzeuge.